Hallo Leute, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Euro 302. Wir machen wieder eine Weltreise, Part 5, Part 4, Part 3, glaube ich, keine Ahnung. So, Kato-Bits nach... Grot-Bits danach noch eine Weltreise, ja. Erstmal fangen wir jetzt an. Ja, der Motor kann echt gut laut sein, Leute. Das die wissen, dass ich mal abbiege. Abbiegen wolle, soll, äh wohl, ja, will. Deutsch kurz verlernt. Ach so... So... Schall, ich bin mit dem Holz und dem Holz reint. Ich habe jetzt aber oft eine Dschauce. Ich habe schon gemerkt, dass es nicht so gut gefällt, das zirnf. Ja, ich bin aber auch ein bisschen. Ich bin so... HöRepen! Ja, ich bin so... ...kick... Ich bin so... Ich bin so... wir rasten jetzt richtig ne leute über die grenze über die mauerung für mich war es umsonst habt ihr es jetzt gesehen als auch dort abküß mir natürlich Hat jetzt leider nicht geklärt. Schade auch. Warum auch immer. Vielleicht kommt wieder eine Maut draußen wahrscheinlich. Nee, bis jetzt noch nicht. Dass die sehen, dass ich keinen Alkohol hier genommen habe. Wenn die wissen, was ich meine. Warte. Das schauen wir uns da hier an. Mach doch das raus. Das war's. Das ist mal geschafft. Ja. Dazu einen guten PS-Saal. Erstmal kurz schlafen. Bei der nächsten Folge zeigt es euch vielleicht. Für die haben die Superkleber. Oh Alter, ich bin gerade zusammengezogen. Mann, muss er da das machen? Das steht nun genau. Öp. Au. So, das sind wir auch schon dabei. Und jetzt fahre ich nach hier. Schön langer Weg. So 10 Stunden, 13 Stunden. Ich sehe es gerade nicht. Weil so eine Blende Milch geblendet ist. Zeig. So. 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 So, das ist willkommen. So. So. Ja, stimmt, ist ja nachts dann. Ui, das hat sich im Geschwabekorde. Ich habe gerade ein Handy, da muss ich jetzt langsam fangen. Äh... ... 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 Gleich. What? Egg? Wir sind nicht bei Joghurt. Alle langen Frauen. Das könnten wir jetzt doch nähen. Das hat von mir nur eine kleine Korf. Das kann keiner. Das kann keiner. Das stande 3, 4, aber nicht nur. Das kann keiner sein. Oh, ich hab nicht die Weltreise. Kommen. So lange Weltreise habe ich auch noch nicht gemacht, aber jetzt ist der Tag gekommen, wo ich das Video machen wollte. Mit der Weltreise. Oh, FUH. Weitere die Weltreise. Junge, ich bin gerade gefasst. Ich habe einen Abendrampse festgemacht. Ich habe einen Abendrampse festgemacht. Sehr gut. Nö, da ist keine Ampel. Hätten sie es doch gleich so lange machen können. Ich habe einen Abendrampse festgemacht. Ich habe einen Abendrampse festgemacht. Wir können ja noch mal tanken. Der Tank ist ja noch nicht leer. Ich habe einen Abendrampse festgemacht. Auf der Autobahn geht es nicht richtig los. Ok, es ist sicher, warum auch immer hier Das ist Aspring, habt ihr hier wahrscheinlich Nächster, hier ist mein Platz Herr Pechkart, da du Sammel Heißluftballong da oben hier Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Oh 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 Ja, manche werden sich das ja nicht trauen. Ich darf ja nur acht Stunden fahren. Und dann kann ich Preise machen, aber egal, ich fahr durch. Wir haben die Koffer für einen Monat. Wir können ja die Strecke hier nicht machen. Hier ist schon mal lang gefahren, oder? Nein, noch nicht. Da denkt man, hier ist ein bisschen lang gefahren, aber noch nicht. Oh, ach doch. Nein, beim Eck ist es schwer. Bei der Kurve ist es noch schwerer. Weil ja gleich eine kommt hier. Ach, tut. Wollen wir kurz falsch machen, Leute? Ja. Ja, es ist eine große Koffer bis jetzt. Ich kann doch auch malen Fortunbaums-Wallcomm die kleinen für den Böse. Ich kann mejor, dass die Koffer-Wallwickier nicht erst mal gefahren ist. Eine Koffer-Wall-Wall-Wall ist immer der Koffer-Wall-Wall. Ah, ha ha ha, ha ha! Oh, ha ha! Okay. Ja, da fasst du. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Hey Leute, ich weiß, bin immer so ruhig, aber man weiß nicht, was man immer da und sagen soll. Man soll ja nicht das gleiche mal sagen. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Einmal mit rein. Ich habe die Pauze geöffnet. So Leute, ich gehe jetzt auf die nächste. Siehst du, jetzt kann ich schon nach unten durchfahren. Oh, ey. Pff, nicht da. Den, den muss ich nur holen. Alalalala, alalalala. Siehst du, dann habe ich genug Benzin drin, und vielleicht war ich jetzt bald der Hälfte da. Das ist schöne, lange Weltreise. Ich schreibe hier nach da hin. Also Leute, ich meinte hier, wir sind noch hier in Blumenkoron hier noch. Aber ich mache dann den hier rein, also als Kommentar hier. Also hier als Kommentar, als Titel hier. Hier Euro 3, Lotto 2, hier den und so weiter. Hier, da schreibe ich nur das hier und nicht das hier noch mal ein neuer. Habe ich bei den einen Video auch gemacht, aber nicht jetzt mehr. als kleine Information. Last night online Abo da. Schaut ganz bis... Schaut das Video bis zum ganzen Sender an. 1 1 1 1 2 2 3 2 4 3 4 5 5 1 noch 6 Stunden die können wir auch durchziehen und zwar schon 26 Minuten jetzt aber das wird wahrscheinlich 35 Minuten oder 34 Minuten oder 30 Minuten glaube ich aber nicht wenn ich richtig Gas gebe am 28. das ist doch Worte Leute ich freue mich schon auf die Ferien nach 2 Wochen gut ey ach so ich habe gedacht ich muss gerade aus das habe ich mir blöd vorgestellt jetzt gerade ich muss gleich nach Hause machen wenn ich Rasperswindadio mein Genick bringen oh oh Eif gegen Feuer und Flamme durchgefahren so ich 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 Ne, ich glaube, es wird hier nicht 35, dann wird es 38 werden, also 30 bis 38, wenn das nicht wird, dann nehmen wir 40. Ja gut, er konnte echt gut bremsen, aber Lambo gibt echt schnell Gas, bei C-Lights mache ich ja Beitragung bekommen, aber wenn, dann muss ich nur eine gerade Strecke aussuchen. Muss man gut hier langsam aufpassen und fahren. Leute, ich habe noch ein bisschen, ja. Ja, können wir ja noch da lang fahren, bitte. Achtung. 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 Ja, das ist mein privater Weg, das wo ich lang fahren darf, hab ich mir gemietet, sag ich jetzt mal. Erste Grenze hauen wir jetzt, Leute, aber warte, Leute, wir machen dann Pause. Ich hätte schon lange reinmachen können. Wir machen ein paar Zwei draußen, ne? Okay.